Für Firmenkunden bedeutet SEPA, dass Sie mit dem Konto Ihren Zahlungsverkehr steuern können, innerhalb Deutschlands und mit allen weiteren 30 SEPA-Ländern. Um Ihnen die Umstellung Ihrer Kunden- und Lieferantendaten von Kontonummer und Bankleitzahl auf IBAN und BIC zu erleichtern, stellen wir Ihnen den IBAN-Converter zur Verfügung. Er hilft Ihnen bei der Ergänzung Ihrer Kundendaten um IBAN und BIC. Auch das Zahlungsverkehrsprogramm der Volksbanken und Raiffeisenbanken ist fit für SEPA. Weitere Infos hierzu finden Sie auf unserer Homepage oder fragen Sie Ihren Berater nach dem IBAN-Converter. Die SEPA-Firmenlastschrift hält für Unternehmer weitere Vorteile bereit. Sie können für jede Lastschrift einen festen Fälligkeitstermin vorgeben. Außerdem sind bei der SEPA-Firmenlastschrift zum Beispiel generell keine Rückgaben möglich. Um die SEPA-Lastschriftverfahren zu nutzen, benötigen Sie neben IBAN und BIC eine individuelle Kennung, die Gläubiger-Identifikationsnummer. Diese beantragen Sie über eine speziell eingerichtete Internetseite der Deutschen Bundesbank. Wenn Sie Lastschriften einziehen möchten, benötigen Sie außerdem neue Lastschriftmandate. Die sind vergleichbar mit der Ihnen bekannten Einzugsermächtigung. Vordrucke für diese neuen SEPA-Firmenlastschriftmandate erhalten Sie bei uns. Weitere Informationen zu SEPA erhalten Sie in unserem PDF und natürlich bei Ihren Berater. Sprechen Sie uns an!